Zu Corona, zu Covid-19, jetzt mal eine persönlichere Sicht von mir. Es sind so viele Informationen im Netz, beispielsweise. Ich meine, wir leben in einer Zeit, in der sich die Schwingung im Feld erhöht hat. Und jetzt mal, ich meine jetzt gar nicht 4G, hier im Eichsfeld ist tatsächlich seit kurzem 4G freigeschaltet worden, kürzlich erst. Oder eben das aus meiner Sicht wirklich super, sehr extrem bedenkliche und katastrophale 5G. Es gibt diese Kontexte und man findet im Netz jetzt relativ häufig die Menschen, die da schon höher schwingen. Ich meine, jemand, der in Freude ist, der verliebt ist, der schwingt auch höher. Deswegen hatte ich ja auch immer gesagt, achtet auf eure seelisch-geistige Gesundheit. Und die, die jetzt in der Angst drin hängen, das ist eine sehr, 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 wenn man es mal in Frequenzen ausdrücken will, in Schwingungen, niedrige Schwingungen, niedere Frequenz, die sind gefährdet, gefährdeter. Oder eben natürlich dann auch, wenn sich das schon so weit auch manifestiert hatte, dass Menschen Krankheiten haben oder eben zum Teil auch hatten. Und nach einer Krebstherapie das Immunsystem einfach überhaupt noch gar nicht wieder richtig hochfahren konnte. Es ist immer etwas anderes, es so aus der Ferne zu sehen oder dann aus dem persönlichen Umfeld. Und wenn es dann da ankommt, bei Menschen im persönlichen Umfeld, von einer Schulfreundin, und da geht es gleich um zwei liebe Menschen, um ihren Mann, ein jüngerer Mann, aber eben nach einer Krebstherapie und ihr alter Vater, dann sind diese Nachrichten, oder auch wer es spirituell sieht, dass es im Moment jetzt eben auch Seelen gibt, die jetzt sozusagen aussteigen. Viele Menschen glauben ja heute schon daran, dass wir nicht nur einmal leben. Dann könnte man aus der Sicht von jemandem, der dann noch überhaupt gar nicht persönlich betroffen ist, das Ganze natürlich mit Abstand immer noch betrachten. Aber wenn man es dann nicht mehr mit diesem Abstand betrachten kann, weil ich meine, da sind jetzt Menschen, die sind krank, die haben gerade auch wirklich einen Leidenskampf nochmal. Und da sind Angehörige, die sind in Trauer oder eben, wenn die Menschen noch nicht verstorben sind, und auch in Angst und Schmerz, zum Teil auch gefangen. Und ich denke, das verdient auch unser Mitgefühl und unsere Solidarität. Es geht jetzt nicht darum, es sind richtige Listen im Internet, da ein Leistungsdenken reinzubringen. Ja, natürlich gibt es welche, die brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Und das glaube ich auch. Aber wir dürfen auch Solidarität mit denen leben. Unser Herz öffnen und mitfühlen. Nächsten Liebe, die eben betroffen sind. Und für mich, ich werde gleich noch ein paar, ich habe jetzt lange geredet, vielleicht sind viele auch schon längst ausgestiegen, die was ganz anderes erwarten. Ich werde gleich auch nochmal Videotipps reinstellen. Von Videos, die ich jetzt gar nicht mehr gesehen habe. Ich bin in Chats, ich surfe und suche da ja nicht selbst im Internet. Von denen ich denke, dass es interessant sein kann im Moment für den einen oder anderen. Und dann darf man ja selbst auf seine Intuition hören. Oh, der Titel spricht mich an, dann höre ich da rein. Aber für mich geht es im Moment auch darum, wirklich die Negativbotschaften einerseits schon aufzuklären, aber andererseits wirklich die Botschaft zu vermitteln. Nicht da reinrutschen, oben bleiben, die unterstützen, die das im Moment nicht schaffen können, aufgrund von eben persönlicher Betroffenheit und so weiter. Und ich meine, da ist auch diese PDF, die hatte ich schon mehrfach zugeschickt bekommen. Ich glaube, damals habe ich auch irgendwie benannt, Seite 55, PDF sowieso. Ich denke, wer das wirklich finden will, der findet das. Ansonsten könnte ich da auch nochmal irgendwann mehr was zu sagen, aber die habe ich schon mehrfach zugeschickt bekommen, jetzt auch wieder, dass seit 2012 oder 2013, dass der Bundesregierung bekannt gewesen sein soll, eben wenn man davon ausgeht, es ist künstlich, es ist gemacht, und das glauben ja mittlerweile die meisten, dass es in Wuhan ausbrechen wird, dass man es dort relativ schnell unter Kontrolle bringt, dass die Bundesregierung gewusst haben soll, dass es zwei Monate später in Deutschland ankommt, aber eben, dass das alles einem größeren Plan folgt, der da bedeutet, dass man eben nicht rechtzeitig dann doch eben die nötigen Schritte, wenn man so will, eingeleitet hat, weil das alles auch so gewünscht war. Und eben Wuhan, geplantermaßen, schnell im Griff, und dann die Oberhand über den Markt, die Weltwirtschaft. Aber das sind ja nicht alle Chinesen, da meint man dann, die, die aufgeklärter sind, ich sage es jetzt nochmal, eben wieder doch, die vom Deep State. Ich sage nicht, das weiß ich, aber da gibt es eine PDF, und das scheint ein Originaldokument aus dem Bundestag zu sein, und die kursiert im Netz, und das ist zum Beispiel ja auch, wer das jetzt vorher gar nicht für möglich gehalten hat, für den doch irgendwie die deutschen Politiker, es gab ja eben so gesehen nie diese freie Nation, nach dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt, dann kam einer nach dem anderen, ich sage nicht, dass da nicht auch mal Lichtblicke mit drin waren, zumindest partiell, Trump ist auch kein Engel, natürlich, der Mann hat ein Riesen-Ego, und man kann nur hoffen, dass er jetzt in dem ganzen Prozess, es kursieren auch Bilder im Netz, da steht immer Jesus hinter ihm, das wäre ja, für die, die das glauben, eine wunderbare Vision und die große Hoffnung, ja. Also, wie gesagt, das scheint wirklich ein Originaldokument zu sein. Dennoch, für die, die das jetzt richtig deprimiert und runterzieht, dann würde ich mir das im Moment gar nicht durchlesen. Ich würde es vielleicht runterladen, speichern, registrieren, das gibt es, das kann sein, das ist möglich, einfach um aufgeklärt zu sein, um nicht mehr dem Mainstream-Medien blind alles zu glauben und blind zu vertrauen, aber wer das Gefühl hat, ich verkrafte das im Moment nicht, dann wartet ab, dann macht es später. Oder überhaupt, wenn ihr das Gefühl habt, ist es dran, so, oder auch nicht. Und ich sage jetzt mal so, die Menschen, die glauben, ob man es nun Gott, den Schöpfer, die Quelle nennt, das spielt für mich gar keine Rolle. Es kommt jetzt auf uns an, auf jeden Einzelnen, aber eben tatsächlich auch auf unser kollektives Bewusstsein. Und die, die glauben, die dürfen jetzt beten, weil für mich ist Aufklärung das eine, aber das kollektive Gebet, das andere. Und ich halte das für sehr machtvoll, wenn es wirklich schon von Herzen kommt. Ich fand auch, auch eine Catherine Turner weiß nicht alles. Sie gibt ihr Bestes, sie verfolgt die Dinge, sie sagt, was ihre Intuition und ihr Herz ihr als richtig eingeben. Und ich fand diese Vision, die sie ja auch mal geäußert hat, sehr, sehr positiv und wichtig. Sie sagte, dass, selbst wenn es kippen würde und die NWO, die neue Weltordnung, im Sinne der elitären Kaste, nenne ich es jetzt mal, kommen würde, es gibt schon zu viele erwachte Menschen. Sie meint, das kann gar nicht mehr funktionieren. Und die Hoffnung habe ich auch. Ich meine, es gibt so viele Sachen in Österreich. Kuh sagte, Österreich wäre zu diesem Zeitpunkt längst sauber. Kuh ist nicht Gott. Es gab Visionen von ihm, die sind eingetreten. Und es gab Visionen, die, ja, die sind nicht eingetreten. Man hatte ja eine Zeit lang gesagt, dass er auch bewusst Dinge gestreut hat, damit die andere Seite eben auch nicht so richtig Verwirrung. Es gibt eine Menge, was er sozusagen prophezeit hat, was eingetreten ist, auch sogar ziemlich genau zu dem Zeitpunkt. Aber die Zukunft kann sich auch immer ändern. Also ich meine, das hat ja auch was mit uns zu tun. Ja, es hat was damit zu tun, wie wir, jeder Einzelne jetzt, seinen Prozess lebt und wir als Menschheit. Also weder Menschen aus dem spirituellen Bereich noch Kuh noch auch Catherine Turner wissen nicht alles und wer da glaubt, der darf sich jetzt auch wirklich da hinwenden im Vertrauen. Im Gebet. Mittun, ja. Aufklären, ja. Ich finde auch, diese christliche Gemeinschaft, die sehr viel gute Aufklärung geleistet hat bei klar.tv. Das ist unglaublich wichtig und sie pushen jetzt auch, weil sie vielleicht immer noch glauben, im Moment ist das Netz freier, aber viele rechnen ja damit, dass es vielleicht auch noch mal abgeschaltet wird für eine Zeit, um dann vorher schon noch möglichst viele Menschen erreicht zu haben, viel Informationen da rausgegeben zu haben. Alles wunderbar, aber ich denke und ich hoffe, sie vergessen auch nicht das Gebet. Ja, genau. Es gibt auch auf der spirituellen Seite verwirrende Informationen, ja. Also, ich denke eben, jeder ist jetzt auch aufgefordert, mit auf seine eigene Intuition zu hören. Und es gibt beispielsweise diesen Guru Dave Singh oder hier dann eben jetzt in Deutschland Sven Butz. Die können eine heilende Kraft und ein, ich weiß, Leute, die damit nie was zu tun hatten und die Erfahrung nicht haben, für die ist das noch Unsinn oder spirituelles Gerede. Aber ich sage mal, wer irgendwie da schon mal eine Berührung, eine Erfahrung gemacht hat, für die sage ich es jetzt mal. Guru Dave Singh, Sven Butz, die können da einen schon ja, also einen Frieden verbreiten. Und diese Stille, dazu gehe ich auch in die Natur, für diese Stille, für diese Verbundenheit. Kann ich nur empfehlen, Sonnenlicht ist natürlich auch toll, weil ich habe tatsächlich jetzt, weil ich an meine Eltern gedacht habe und dachte, ja, wer weiß, ob ich nicht doch auch irgendwie Kontakt hatte, was ich vorher nie getan habe, mein Immunsystem auch versucht, mit künstlichen Präparaten zusätzlich hoch zu pushen, das ist mir gar nicht bekommen. Also es war so viel Vergiftungserscheinungen dann. Also da ist nicht jeder Körper gleich. Wer es kann, hört bei euch rein. Ja, ich sage jetzt nicht, tut das nicht. Aber es gibt Menschen, für die ist es gar nicht gut und ich war da vorher immer sehr vorsichtig und das ist wohl eben für mich jetzt so auch nicht dran. Jedenfalls nicht in dem, es kommt auch immer aufs richtige Maß an. Natürlich. Hatte ich auch vergessen. Vorübergehend. Auch ein bisschen bedingt durch Kanton Zürich, wo man gar nicht mehr so dazu kam, auf sich selbst und auch auf seine Gesundheit zu achten, weil man eben so bumm, bumm, bumm und arbeiten, arbeiten und ja, dieser ganz schöne Drill da, ne, der da eben herrschen kann, je nachdem. Das ist aber jetzt auch gar nicht wichtig. Nach beruflicher Ausrichtung und so weiter. Gut. Ich gebe jetzt noch mal ein paar Videotipps, aber vergesst nicht, hört auf euer Herz, hört auf eure Intuition und ich habe die jetzt auch gar nicht geschaut. Das sind einfach nur Titel, wo ich dachte, ich kann sie ja mal reingeben, die ich aus dem Freundeskreis bekommen habe. Von Menschen, die sich schon sehr lange mit der Aufklärung beschäftigen, die da also schon sehr lange aktiv sind. Corona-Krise, Auftakt einer neuen Ära. Also wenn man den Titel auf YouTube eingibt, im Moment ist ja noch alles frei. Dann hier vom Denkwerk 2064. Dann, ja, dann gibt es jetzt auch diese Nachrichten. Catherine Turner dachte ja auch laut Q. Österreich wäre zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich sauber. Es gibt natürlich jetzt auch diese Horrornachrichten im Netz, wo es da heißt, dass eben eine neue Flüchtlingswelle reingeschwappt ist, um dann praktisch Menschen zu ersetzen. Aber sowas würde ich mir ehrlich gesagt im Moment ich würde es mir nicht angucken. Es ist möglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich sage an der Stelle nicht, dass ich irgendwie die Intuition hätte zu sagen, es stimmt nicht. da sind Fotos aus Ostjag und das ist gut. Ich habe gesagt, also wer doch gucken möchte, ja, aber wer denkt, zieht mich runter, dann tut es nicht. Fotos aus Ostjag beweist, Ersetzungseinwanderung geht weiter, ja, ziemlich dunkel. Also, ich habe es nicht angeschaut. Ich sage nicht, ich weiß, dass es so ist. Ich weiß aber auch nicht, dass es nicht stimmt. In dem Moment, ich glaube, im Moment ist wirklich noch viel los von der hellen Seite und von der dunklen. Also, darüber schweigen die Corona-Virus-Medienmacher auch einen YouTube-Titel. Es gibt übrigens, wer meditieren kann, auch Online-Meditation mit Sven Wutz, Thuria, wen das anspricht. Ich habe mich wieder besonnen. Also, wer meditieren kann, der hilft damit auch seinem Umfeld, weil er auch sein Hallo! weil er damit auch sein Umfeld in die Ruhe bringen kann. Tatsächlich auch heilende Energie, wer das schon glaubt. Da gibt es ja auch ganz andere Kreise von Heilern noch, um den ehemaligen Pater Pio, diesen mit G, ach, bringe ich ihn andermal. Gut. Und vor allen Dingen ist es auch gut für eure eigene Gesundheit. Also, wer meditieren kann, vergesst es jetzt nicht. Vergesst nicht, auch für euch zu sorgen. Dann hätten wir hier noch ein Report vom 18.03.2020. Nach und nach werden alle Ausgänge weltweit gesperrt. Dann gibt es auch noch mal was von Amazing Polly. Eine gute Aufklärerin, aber die natürlich jetzt nicht gerade die positive Vision Sondern einfach das, was kommen könnte. Den Worst Case eigentlich ja immer so rübergebracht hat. Es gibt noch mal eins von ihr. Amazing Polly Deutsch. Mit uns wird gespielt. Wir werden geplagt. Aber noch mal mein Aufruf. Vergesst nicht die positive Vision für euer eigenes Leben auch, aber vor allen Dingen auch global. Für uns als Menschheit. zu mir zu mir kam jetzt auch in Bezug auf diesen erkrankten jungen Mann, den ich kenne, so ein positives Bild zu mir von ganz wie von selbst. Ja, wirklich. Wo ich ihn gesehen habe zu einer Zeit, ja, wo es ihm total gut ging, wo er gesund und fröhlich war und das kann tatsächlich, glaube ich, auch helfen. Das kam so zu mir und das Bild habe ich jetzt immer wieder vor Augen. Vielleicht hilft es ja. Also, diese Dinge sind tatsächlich auch eine Realität. Es gibt eine Menge Dinge zwischen Himmel und Erde, die der Mensch, der das nicht erfahren hat, erstmal noch für unmöglich hält und für ja, eben leider dann auch noch für Nonsens. Dr. Stefan Lanker hat auch noch mal was gebracht. Ja, aber natürlich jeder, der jetzt das total leugnet, dass es da einen Krankmacher gibt, das ist jetzt nicht meine Auffassung. Aber trotzdem bringt er immer recht gute Hinweise und stellt Dinge im Kontext da, einen Hinblick auf uns Menschen eingebunden in die Natur. Unser ganzes System ist ja auch ein komplexes System. Also, da ist er wirklich auch jemand, der hilfreiche Tipps geben kann und der da auch einen anderen Horizont schon mal öffnet. Dann eine Beatrix und der Nachname ist Fabian-Bertha. Das Coronavirus ist Element Event des Systems. Event 2020, es wird still. Dann gibt es ja auch von Mapa beispielsweise schon so Sachen, Familienmanagement. Also, es gibt schon so Dinge, die Menschen helfen können, jetzt alles, die Struktur und Ordnung in der Familie herzustellen, wenn jetzt wirklich die Kinder da sind und alle sind zu Hause. Dann habe ich einen Song als Tipp, What's do it? Face of the heart. Wegen des Textes und auch keine schlechte Musik. Musik tut gut. Dann Denkwerk 66. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt auch gerade die Zahl, die da einfach fortlaufend dann da war. Wieder von Hans-Joachim Müller nochmal. Gut, ich denke, das reicht erst mal. Also, wer da jetzt irgendwie sich von einem Titel angesprochen fühlt, Aufklärung ist wichtig, aber es ist auch wichtig, dass wir nicht vergessen, worauf es jetzt ankommt. Die, die da glauben und die, ja, alle anderen, sage ich mal. Ja, ist doch schön, wenn mehr und mehr Menschen jetzt da aufwachen und dahin finden. Ja, das wünsche ich einfach uns allen für die Zukunft. unseres Planeten, für die Zukunft der gesamten, der ganzen Menschheit. Ja, ich denke, das ist erst mal genug für heute. für heute.